Es ist immer ein besonderer Moment, einen neuen 911er vorstellen zu dürfen. Und heute sind es gleich zwei. Der 911 Carrera und der 911 Carrera GTS. Der Carrera hat den bekannten 3,0 Liter Sechszylinder Biturbo-Motor, den unsere Ingenieure aus der Antriebsentwicklung in wesentlichen Komponenten optimiert haben. Indem sie den Ladeluftkühler aus dem bisherigen 911 Turbo verwendet haben und die Turbolader von den bisherigen GTS-Modellen. Damit konnten wir dem Carrera eine Leistungssteigerung zukommen lassen. Er hat jetzt 394 PS bei 450 Nm Drehmoment. Mit dem optional verfügbaren Sport-Chrono-Paket sprintet der 911 Carrera von 0 auf 100 in 3,9 Sekunden. Damit ist er der erste Carrera, der den Sprint von 0 auf 100 in unter 4 Sekunden schafft. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 294 km pro Stunde. Unser Design-Team hat am Heck zwei wesentliche Änderungen vorgenommen, die das Fahrzeug moderner und frischer erscheinen lassen. Zum einen die Heckleuchte, die den integrierten Lichtbogen und den integrierten Porsche-Schriftzug enthält. Das gibt dem Fahrzeug noch mehr Breite und was unser Design-Team auch neu umgesetzt hat, ist das Lufteinlassgitter mit jetzt fünf Lamellen, was nochmal markanter und auch sportlicher aussieht. In der Seitenansicht erkennt man den neuen Carrera an den Rädern. Hier bieten wir eine Vielzahl an neuen Felgendesigns an. Deutlich markanter sind die Änderungen an der Front. Durch den Entfall der Bugleuchte hat unser Design-Team an der Front eine cleanere und modernere Optik umgesetzt. Die Funktionen der Bugleuchte sind vollumfänglich im neuen LED-Matrix-Hauptscheinwerfer integriert. Optional verfügbar ist dieser Scheinwerfer auch als HD-Matrix-Licht mit in Summe 32.000 Lichtpunkten. Jetzt nehme ich euch mit ins Fahrzeug und zeige euch auch da ein paar Neuerungen. Als Fahrer schaue ich auf das komplett neue digitale 12,6 Zoll Curved Display. Es bietet mir die Möglichkeit zwischen bis zu sieben unterschiedlichen Ansichten zu wählen. Wesentlicher Vorteil von dem 12,6 Zoll Curved Display ist die deutlich optimierte Einsicht bei der Fahrt im Vergleich zum Vorgänger. Ebenfalls neu, den Motor starte ich jetzt per Knopfdruck. Die Serienausstattung haben wir deutlich aufgewertet. So gibt es beispielsweise den Drive-Mode-Schalter ohne Aufpreis, genauso wie die induktive Lademöglichkeit für mein Handy in der Mittelkonsole. Die Mittelkonsole ist inzwischen übrigens gekühlt. Die Konnektivität ist bei diesem Fahrzeug up-to-date. Wir sind hier auf dem gleichen Niveau wie Taycan, Panamera und Cayenne. Der neue 911 Carrera ist ab sofort als Coupé und als Cabrio bestellbar. Kommen wir nun zum neuen 911 Carrera GTS. Der erste Straßenelfer mit einer Hybridisierung. Genau genommen ein Performance-Hybrid. Woran erkenne ich den neuen 911 Carrera GTS? Von vorne an den neu designten sichtbaren, fünf vertikal verstellbaren Lamellen, die Teil des Kühlungskonzepts sind. Und hinten an den neu positionierten Endrohren und der neu designten Diffusor-Optik. Was sind die wesentlichen Komponenten für unseren Performance-Hybrid? Erstens eine 400-Volt-Hochvolt-Batterie mit einer Kapazität von 1,9 Kilowattstunden, die exakt an der Stelle sitzt, wo bislang die 12-Volt-Batterie gesessen ist. Zweitens die E-Maschine im PDK-Getriebe. Drittens der komplett neu entwickelte 3,6 Liter Mono-Turbo-Motor. Und viertens der elektrische Abgas-Turbo-Lader, der rechts hinten am Motor sitzt. Der elektrische Abgas-Turbo-Lader ist auch die Komponente, die unserem Performance-Hybrid seinen Namen gegeben hat. Der elektrische Abgas-Turbo-Lader hat einen E-Motor zwischen dem Verdichterrad und dem Turbinenrad. Dieser E-Motor sorgt für unmittelbaren Ladedruckaufbau, unabhängig von der Drehzahl und von der Last. Damit habe ich ein deutlich optimiertes Beschleunigungsverhalten bereits bei niedrigen Drehzahlen und niedrigen Lasten. Die Systemleistung liegt bei 398 Kilowatt. Das sind 541 PS und damit 61 PS mehr als beim Vorgängerfahrzeug. Die Beschleunigung von 0 auf 100 erreicht der 911 Carrera GTS in 3,0 Sekunden. Auch da ist er um 0,4 Sekunden schneller als das Vorgängerfahrzeug. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 312 Kilometer pro Stunde. Eine der härtesten Währungen für uns ist die Rundenzeit auf der Nürburgring-Nordschleife. Wir haben unseren Markenbotschafter Jörg Bergmeister hinter Steuer gesetzt und er hat eine fantastische Runde hingelegt. Er war mit dem neuen 911 Carrera GTS 8,7 Sekunden schneller als mit dem Vorgängermodell. Die fantastische Rundenzeit auf der Nürburgring-Nordschleife ist nicht alleine dem Antriebskonzept zuzuschreiben, sondern auch das Fahrwerk haben wir weiterentwickelt. Hinten haben wir die Räder deutlich verbreitert. Wir sind jetzt 315 Millimeter breit und die Reifen sitzen auf der neu designten Zentralverschlussfelge. Serienmäßig hat der neue 911 Carrera GTS jetzt die Hinterachslenkung und auch das Porsche Dynamic Chassis Control ist in das 400-Volt-System integriert und arbeitet jetzt noch flexibler und präziser. Lasst uns einen Blick in den Innenraum werfen. Wie an den Vorgängermodellen des GTS auch hier großflächig RACETAX im Einsatz. In diesem Fahrzeug dargestellt der Sportsitz, der Deckel der Mittelkonsole, das Lenkrad und auch die Türverkleidung. Und serienmäßig ab dem neuen GTS ist jetzt auch der Dachhimmel in RACETAX. Und hier im Fahrzeug auch dargestellt sind die Nähte in Kontrastfarbe. Ich kann euch versprechen, vor dem Wort Hybrid in einem 911er muss keiner Sorge haben. Denn unser T-Hybrid-Konzept bietet deutlich gesteigerte Performance bei noch mehr Fahrspaß gegenüber dem Vorgängermodell. Das war's für heute.